Ich bin natürlich sehr glücklich darüber, ab sofort Teil dieser Mannschaft zu sein. Für mich ist das ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere. Ich bin sehr zufrieden. Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Nun, es ist immer ein bisschen schwierig, über sich selbst zu sprechen. Ich denke, ich bin ein Außenbahnspieler mit großem Offensivdrang, schnell, ballsicher und Zweikampfstart. Ich habe seit meinem sechsten Lebensjahr für den FC Valencia gespielt und es hat mich natürlich sehr stolz gemacht, dass sich so ein großer Klub wie Bayern München für mich interessiert hat. Es ist einer der besten Vereine der Welt und für mich eine große Motivation für diesen Verein zu spielen. Ich möchte alles geben, um einen Platz in der Mannschaft zu finden und mit dem FC Bayern viele, viele Titel zu gewinnen. Ich bin die Thanksin für weitere Helsinki, der Vergleich zuami. L basiert die Kases zu speises auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017